Kfz-Sachverständige und Gutachter für Autogasanlagen in Nürnberg. Telefonnummer 0911 990 4461. Ob Autogasanlagen gutachten oder Motorschadengutachten, hier sind Sie richtig. Unser erfahrener Sachverständiger für Autogasanlagen Motorexpert EK aus Nürnberg hilft Ihnen gerne weiter. Wenn der Einbau einer Gasanlage nicht mit den entsprechenden Einbauvorschriften eingebaut wird, kann es zu massiven Problemen und sogar zu Motorschäden oder Bränden kommen. Wir haben nicht nur langjährige Erfahrung mit Autogasanlagen, LPG und CNG, sondern verfügen auch über die notwendige, aktuelle und ältere Software, samt Interface und Zugangsschlüssel für verschiedene Autogasanlagenhersteller wie zum Beispiel KME, PRINZ, BRC, Landirenso, Solaris, Voltran, ICOM, Viale und noch vielen weiteren Autogasanlagen. Unser Gutachter hat Zugriff auf fast alle gängigen Autogasanlagen, von AG über PRINZ bis Viale und ist in der Lage, eine sorgfältige Überprüfung durchzuführen. Bei Motorexpert EK können Sie folgende Dienstleistungen erhalten. GAP Gasanlagenprüfung Amtliche Prüfung der Gasanlagen § 41a der Straßenverkehrszulassungsordnung GSP Gassystemeinbauprüfung Amtliche Prüfung der Gasanlagen § 41a der Straßenverkehrszulassungsordnung Gasprüfung Gasprüfung für Wohnwagen und Wohnmobile Amtliche Prüfung der Gasanlagen nach DIN DVGW G607 AU Abgasuntersuchungen für Benzine Amtliche Prüfung der Gasanlagen gemäß § 29 der Straßenverkehrszulassungsordnung und § 47a Straßenverkehrszulassungsordnung für Benzine Prüfung, ob der Einbau nach den Vorschriften des Gasanlagenherstellers und den gesetzlichen Vorschriften erfolgte Schadenüberprüfung in Verbindung mit Autogasantrieb Prüfung, ob die eingebaute Autogasanlage zum Motortyp passt Sicht- und Montageprüfung der Komponenten der Gasanlage Sichtprüfung der Gasrohrleitungen, Gasschlauchleitungen und Kühlmittelleitungen auf sichere Befestigung, Scheuerstellen und Dichtheit Dichtheitsprüfung und Druckkontrolle am Druckregler Minder Diagnose- und Ursachenfeststellung Diagnosekontrolle Gasfilter Diagnosekontrolle Gassteuergerät bzw. Einstellung der Gasmischung Kontrolle der Sicherheitsventile Abgaskontrolle im Gasbetrieb und Benzinbetrieb Funktionsprüfung und Probefahrt Zündkerzenprüfung Kompressionsprüfung Ventilspielprüfung Kalkulation der Schadenhöhe Wertminderung nach dem Ausbau der Autogasanlage Flüssiggasprüfung Die Gasanlage und Gasanlagenteile werden identifiziert sowie die Genehmigungsnummern der Autogasanlagenbauteile Gasverbrauchberechnung und vieles mehr Falls Sie Fragen zu Autogasanlagenprüfung oder Autogasanlagengutachten haben Rufen Sie uns einfach unter 0911 990 4461 an Unser Kfz-Sachverständiger und unsere Autogasexperten helfen Ihnen gerne weiter Kfz-Sachverständiger und Gutachter für Autogasanlagen in Nürnberg-Katzwang Kfz-Sachverständiger und Gutachter für Autogasanlage